Einen bezaubernden guten Tag, meine Damen und Herren, was geht? Willkommen zur GameVasion. Wir haben hier natürlich die technischen Mittel, das Ganze auch zu präsentieren, denn der Samsung D0 ist hier ebenfalls dabei und das ist das absolute Highlight. Look at this. Also das ist halt etwas, das glaubt uns halt auch keiner, wenn man das so die Leute brieft und sagt, der Monitor dreht sich mit. Füße ist ja nur 1,40 groß, der sieht immer so groß aus, das stimmt aber gar nicht. Halo auf dem Handy. Ja. Wenn dir das einer vor zehn Jahren gesagt hätte, hättest du auch für verrückt erklärt, oder? Eigentlich irgendein Handy, ne? Ich will nichts falsch machen. Das Galaxy Note 20 Ultra 5G. Das sind quasi drei Gs mehr als bei GG. Alter, hör auf in den Granaten. Bäm, Alter. Sieg. Thorsten! Mit der Knarre, erst die Granate und dann die, ach, das ist auch egal, das verstehst du eh nicht. Ja, wir werden jetzt gemeinsam Braun Haller spielen. Genau. Hauen uns da so ein bisschen ins Gesicht. Und dann wird das so sein, dass der Gewinner in seinem Chat, also Rocket Beans oder Max Team, entsprechend die Möglichkeit hat, an einem Gewinnspiel daran teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es das Samsung S20 oder, also es besteht auch eine Chance darauf, die Samsung Galaxy Watch 2 zu gewinnen. Willkommen langsam, aber sicher, zu Primetime. Und die haben den, also das ist ja der beste Charakter ever, made. Und da einen großen Dank an unseren Partner Samsung, der mir für die Folge heute etliche SSDs zur Verfügung gestellt hat, in verschiedenen Arten und Formaten. Umso relevanter wurde GTA V. Das ist ein Spiel, was viel lädt und tatsächlich auch sehr viel profitiert von den Ladezeiten. Ohne, dass es die SSD drin hat, habe ich eine Minute 51 gebraucht, um vom Startmenü in das eigentliche Spiel zu kommen. Mit der SSD weniger als die Hälfte. 51 Sekunden. Jetzt geht's gleich los mit dem ersten Spiel und für euch zu Hause gibt es auch noch was Feines zu gewinnen, nämlich diesen wunderbaren Samsung Monitor und auch die Monitore, womit unsere wunderbaren Spieler hier jeden Tag spielen. Großes Dankeschön natürlich auch an Samsung, großes Dankeschön an Max, viele Herzen für ihn in den Chat. Und vielen Dank an all unsere Partner da draußen, ohne die das hier nicht möglich wäre.